Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Unturned. Wir machen am gleichen Ort weiter, wo wir aufgehört haben, haben wir nicht weiter gespielt und machen jetzt weiter. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, oder Noah hat herausgefunden, was die Blortorch macht, und zwar kann die Autos oder Fahrzeuge insgesamt reparieren, wenn die schon so ein bisschen qualmen, glaube ich. Können wir gleich mal ausprobieren. Na gut, und ich habe eine Hose gefunden. Cool. Eine Brown Packs. Cool, jetzt habe ich eine Hose an. Ich habe einen Hammer gefunden, wie geil ist das denn? Hammer? Aha. Ist das besser als Katana? Weiß ich nicht, ich glaube den gleich. Aber ich glaube Katana müsste eigentlich stärker sein. Ich finde lustig, wie man meine Waffe gar nicht erkennt auf dem Boden, weil die gleich die Farbe hat. Wenn ich damit schlage, erkenne ich die gar nicht. So, ich probiere es aber... Ich sehe voll bosshaft aus, ey, das passt so. Äh, hier ist ein Zombie, ich tüte den mal kurz. Das ist mein... jetzt möchte ich meinen Hammer aus. Oh, ich habe keine... äh, okay. Zack. Kommen wir jetzt ein Auto reparieren? Ja, versuche ich gerade. Ach das... Jo, das geht, oder? Ja, bitte. Ja, das geht, oder? Ja, geht. Ich nehme das nicht vor, ich kann das besser sein. Ist repariert. Ja, 5. Wir haben noch 5% Sprit, ne. Wo sind die Farbe? Ja, weiß ich nicht, was ich geholten. Wie? Ja, das ist das. Das ist das, das ist das, das ist das. Ja, aber wir müssen nicht in keinem, wo wir fahren. Vor allem, es ist nur, du kannst einfach mal die Straße lang verpflichten, dass du was nur bei 5 und dann bei 3% nur noch. Naja, fahr einfach. Man... Bisschen Straße entlang. Ich finde was schön ist mit 3% Okay, jetzt... Man kann auf jeden Fall den Tank auffüllen mit so einem Gastank, den man an der Tankstelle irgendwo findet. Ehrlich? Ja, das geht. Ja, ich hatte letztens kaputtes, das hatte 15% oder so. Die müssen aussteigen kommen. Hast du im Auto repariert? Ja. Jetzt ehrlich geht das? Ja, das geht. Wie geil ist das denn? Aber wir haben noch 1% Ich hab einen über... Ich hieß ein ganzes, oder? Nein, doch nicht. Warte, ich repariere. Und das hat 14% sauer. Schon repariere, das ging schnell. Hast du schon? Ja. Okay, du fährst, komm, du fährst. Achso, cool. Obwohl, lass mich parallel reparieren. Warte, steig mal kurz... Zombie, warte. Treff den doch. Okay, die Polizeiwaffe sind nicht die stärkste. Du kannst mal Katana haben. Nee, nee, nee. Brauch ich nicht, glaub ich. Erst mal Rema. Warte. Geht das denn, äh... Geht das denn, äh... Also geht das denn mal kaputt oder so, dass du das... In diesen Gunststrenner oder... Sieht's nicht aus, ich brauch was zu trinken, ich hab 50%, äh... Ich geh mal kurz was zu trinken suchen. Komm mal her, ich glaub ich hab noch was. Echt? Ich hab nämlich nix. Komm. Ich auch von mich. Jaaaa! Weil ich hab noch 30. Ich hab noch 10 Euro rausnehmen. Oh, ist die Bloodwatch. Wir sind eigentlich schon relativ gut ausgerüstet. Ja, ich dachte mal für den Anfang, wir hätten jetzt keine großen Schwierigkeiten. Du fährst, ne? Hm. Kann man hier durch den Zorn gefahren oder so? Ich glaub nicht. Aber ich weiß nicht. Kann ja mal leicht gegen fahren. Ja, ich kann ja reparieren. Oh, er kann ja reparieren. Oh, er kann ja reparieren. Oh, er kann ja reparieren. Es ist jetzt wie Trink verschiegt wie ein bisschen. Aber egal. Ich hab ich ja nicht. Ach, was denn? Ach, fest und konsumtioniert. Ja, er ist ja der vorliegen Holzbretter oder so. So jetzt festrücken. Ja, Frau Lamsteuer, ne? Ah, nein. Nein, das liegt einfach daran, dass wir so wieder nicht verkaufen. Nein, das ist beeindruckend. Das gilt's. Ja, komm, fahr, komm. So, wie? Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, das... Ja, doch, doch, geht's. Okay, Tim, ciao, Tim. Nein, komm, jetzt. Ich bin auf dem anderen Auto drauf, ist ja nicht. Komm nur jetzt. Ja, ich bin ausgestiegen. Ja, guck mal, halt, jetzt stellen. Ich war... Ich kann besser, super. Ja, komm, ich bin jetzt. Ja, fahr, komm. Ich kann sechs Leute rein. Wie geil ist das denn? Wo ich sind überall Mauern. Wieso sind die überall Mauern? Wo bleibt der da sind? Ich setz mich jetzt hier hinten hin, ne? Ich sitz hier hinten. Hier sitzt du hinten? Ja. Wie geil. Soll ich mal ins Wasser fahren? 2.000 Jahre später. Äh, ich setz hier mal einen Steeping Back hin, für mich. Weil ich hab noch zehn Prozent, falls ich sterb, dann bleib ich hier. Dann spawne ich hier. So. Ja. Klein. Jetzt hab ich den, glaube ich, aktiviert. Und wenn ich jetzt sterb, spawne ich da. Dann bin ich nicht so weit weg, weil ich denk mal, wir werden uns hier ein bisschen länger aufhalten. Ja. 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 Wie craftet man denn was? Das geht nur mit bestimmten Sachen, soweit ich weiß. Ja schon, aber ich muss doch das Visier draus setzen. Was ist los? Du musst aufs Craft-Feld. Was sag ich jetzt? Shredback. Was ist das? Shredback müsste größter sein. Ach so, das ist das Shredback. Ja. Okay. Ich geh mal kurz, ich hoffe ich sterb nicht. Wennst du ein Zombie jeweils kommt, dann geht alles. Sag dir. Oh, ist wieder hell, das ist gut. Ja. Aber ist ja alles eh grad nur grauer. Ja, das ist so ein Militär. Ja, okay, das ist viel größer. Ich bin tot. Nein. Ja, ich bin hier gespawnt. Ich kann alle Sachen wieder aufnehmen. Ich bin hinter dir. Kannst du wieder aufnehmen? Ja, ja, die liegen. Da müsste alle liegen. Falls ich die sehe. Aber müsste eigentlich. Ich bräuchte trinkend was zum Essen. Ja, kannst du. Kannst du vielleicht den Zombie. Okay, ist schon gut. Ähm. Ja, mein Shredback. Und wie sehe ich jetzt echt geil auf dieser Waffe. Aber irgendwie geht das nicht. Boah, ich bin echt froh, ich jetzt grad den Startsacke hatte. Ach cool, hier ist eine Spritze. Dann muss man sein Leben wieder. Bisschen hochwischen. Laut Horn ist ganz wichtig. Und das ist ein Longscope, glaub ich. Ja, cool. So, ich hab jetzt erstmal alle meine Sachen wieder Shredback weg. Erstmal wieder Sachen anziehen. Ja. Das sieht so kacke aus wie ein Leiche, wie die hier liegt, ne? Ach, lass doch. Der Tim sieht schon so aus wie so ein Zyklo, finden Sie das nicht? Schreibt's mal in die Kommentare. Ach, geht eigentlich. Ich hätt mich hübsch aus wie so ein Hübsch hübsch. Nein, der Charakter ist nicht an mein echtes Aussehen angepasst. Oh doch. Ich hab keine langen Haare. Ein Tipp. Beno, aber. Sandbag? Das ist ein Sandbag. Ist auch so ein... so ein komisches... Guck mal Sandbag. Oh. Wieso geht das denn nicht? Das wird jetzt einfach hingestellt, weil so ein Ding zum Hinstellen, alter. Schade, hätte ich vorher das benutzen können. Ich verstehe das echt nicht. Wenn das jemand von euch weiß, ne? Warte, Link. Ich komm zu dir. Warte, Link. Ja, ich krieg das nicht gecraftet. Ich hab hier ein 6mm Scope. Ja. 6mm Scope auf jeden Fall, David. 6mm Scope und ich bekomm das nicht auf meine Waffe drauf. Ich hab eine Bandage. Brauchst du Leben? Ich hab selber so ein Lebending. Kannst du nur. Oh, okay. Dann warte ich dir mal. Sag dann, wenn du brauchst. Was? Okay, dann kriegen wir eh nicht. Oder soll ich ihn erschießen? Nee, warte erstmal noch. Ich töte. Ja, ich töte. Kannst du den töten? Höffentlich. Ja, ich mach einfach. Machst du den? Den muss man sehen, ich schieße. Dann nicht. Nö, ich hab schon geklärt. Ich geh mal diesen Turm hoch. Okay, ich guck mal weiter. Mach schon mal da so. Moment. Moment. Face Kim, es spielt Unturned. Geil. Du hast noch keine Hose, ne? Doch. Du hast schon eine Hose? Ja, hab ich geholt. Sleeping Bay, cool. Das ist ein Beepot oder... Rail Mounted. Jetzt hab ich auch noch einen Griff bekommen für dich zu waffen. Ich weiß nicht, wie man die... Ich geb dir gleich mein Item. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber... Den gibst du sein, was auch? Ja. Ich töte dir die Hinterlieben ganz kurz. Hab ich, hab ich, hab ich. So. Da kommt noch einer. Ich geb dir gleich mein Item. Ich weiß nämlich nicht, was das sein soll. Und ich möchte damit nichts Falsches jetzt anstellen. Haha. Okay. Oh, schlag mir. Hier, warte. Ähm. Warte. Geht das auch so? Du hast keine Hose an. Doch, das ist eine braune Hose. Oder? Hab ich die nicht aufge... Doch, das ist eine braune Hose, meine ich. Ah, ich denk das sind zwei Beine, oder? Für... Also, sieh zumindest so aus. Ja, ich... Warte, ich geb dir ne coole Hose. Echt mal. Du bist ja voll uns stylisch hier. Doktor Pants. Geil. Okay, dann können... Hier hab ich die... Brown Pants hatte ich an, die normalen. Die können dann weg. Geh ich schon einfach mal dahin. Warst du dem Haus noch? Ich sah echt aus. Jo, ich hab's genommen. Ich hab jetzt echt viel Equipment, worum es sich eigentlich voll die geile Waffe zusammenstellen könnte. Aber irgendwie klappt das dann nicht. Ich geh jetzt mal, ich glaub ich, den Turm hoch. Ich hab noch mal aus dem Sandbags gefunden. Also, die kann man hinstellen. Sind irgendwie so eine Sandsäcke. Uh, ich hab was Nettes. Und ein Tactical Laser für deine Waffe. Also ein Laser-Visier. Ja. Es gibt dir mal was... Wüsste ich wie man das... Wüsste ich wie man das dann macht, ne? Komm mal zu mir. Ah, okay. Oh, sorry. Oh, ich brauche... Wir brauchen einen Detonator auf jeden Fall. Ich brauche unbedingt was zum Trinken. Ich kratze gleich ab. Ich hab leider nichts. Warte, hier einmal. Tactical Laser. Und das sieht nett aus. Boom, das steht boom drauf. Das gefällt mir, ja? Ja, aber wir brauchen noch irgendwas dafür. Deswegen... Ich weiß nicht genau was. Sleeping Bag vielleicht? Ich lege mich mal die Info mal sleeping bag. Ich weiß nicht abkratze. Wo steht denn deiner? Äh, in dem Haus ganz vorne. In dem großen Haus, in dem Anfangshaus. Hast du auch schon hingestellt gehört? Ja, hab ich schon hingestellt. Du musst aber noch auf... Du musst aufpassen, die Zombies machen das kaputt, ne? Ja, aber hier ist ja grad nix. Du musst hier Helikopter fliegen. Du musst aber auf Claim da nochmal drücken, ne? Damit der den annimmt. Okay. Also wenn der hinsetzt, dann nochmal Claim drücken. Also nochmal F. Glaube ich. Da kommt ein Zombie hinter dir. Ich töte den mal. Ja, kannst du den mal... Okay, ist tot. So. Ähm. Die Waffe sieht voll geil aus bei dir. So, stellst du mal... Ich komme mir grad so ein bisschen vor wie ein Rust. So mit den Schlafsäcken alles. Ja, eher Daisy. Ich meine eher Daisy. Ey, ich kann... Ich kann auch bei deinem auf Claim drücken. Ne, kann ich doch nicht. Ich glaube jetzt auch Claim immer später an Claim, ne? Wenn du das mal... Okay, stimmt. Ist richtig. Okay. Cool. Dann können wir jetzt nochmal ein bisschen durchforsten hier. Ja. Ich bräuchte echt was zum drücken. Ich habe ein Board. Ich weiß nicht. Die werfe ich mal weg. Die bräuchte ich nicht. Kannst du das hier vielleicht benutzen? In Swift Magazine hab ich. Kann sein, weil ich habe in meinem momentanen Ding keinen... Ich muss mal meinen Ami aufsetzen. Nachhaltig mit der R. Müsst du so wissen. Ah, Leute. Okay, cool. Jetzt habe ich Munition. Okay. Und Claim an den Simp. Keine Frage. Ich will aber unbedingt das Wisseltreif machen. Wie würde ich doch... Eine Handsaw hab ich. Ich meine... Kann man nämlich nicht Bäume fällen? Ich weiß gar nicht. Kann ich ja mal ausprobieren. Kann man damit tiefe Kisten machen? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir fällen? Was hast du denn? Eine Handsaw, eine Handsäge. So. Kisten geht schon mal nix. Ich kann ja gleich mal ausprobieren. Ich denke das ist einfach so ein... Ja, so ein Kämpfen oder so. Nehme ich mal an. Das kann auch sein. Ich probier mal kurz den Baum aus. Kann ich die Schlafsäcke nicht wieder aufnehmen? Ich meine nicht. Also... Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Man könnte aber unclaim, sodass man... Sodass man da nicht mehr spawnt. Ja. Ich will doch mal high sein. Wir hätten eigentlich diese Schlafsäcke. Und jetzt hab ich noch mal ein 6 Millimeter. 6 Millimeter. 6... Basum. Ne, man kann keine Bäume noch. Kann ich dir geben. Ach, brauchst nicht. Man kann einfach keine Bäume fällen. Mit der Hans Säge. Und man braucht das schon eine richtige Axt für. So wie es aussieht. Falls man das überhaupt da mit ihm... Hauptsache Noah ist da oben in einem Turm da drin. Naja, das ist auch ganz schön. Hast du denn schnellst du keine Rezepte oder so? Wie immer was geachtet? Es gibt auf jeden Fall ne Wiki im Internet. Ich glaube schreibt man davon mal ein paar auf zum nächsten Part. Und dann schauen wir mal. Ja. Kann ja mal der Noah machen. Aber... Ja. Der Handlanger. Der Handlanger. Der immer noch nackt herum läuft. Ich geb's mal. Ach. Lass ihn. Lass ihn mal. Lass ihn mal. Lass ihn mal. Lass ihn mal. Lass ihn mal ein bisschen lang laufen. Lass ihn mal ein bisschen lang laufen. Ja. Lass ihn mal ein bisschen lang laufen. Ja. Lass ihn mal. Ähm. Hier liegt noch Apple Juice Box. Hier ist zu trinken für dich oder zu essen. Ja. Ja. Hier bist du anscheinend durch. Oder ich. Weiß ich mir nicht wie schon mal. So komm. Ich hab auch schon wieder 21% es gibt. Ratzfatz hier. Wie viel HP hast du? Ja 80. Reicht noch. 80? Na dann lass mich doch was dann lang laufen hier. Achso. Findest du vielleicht noch ein anderes Dorf? Oder was heißt Dorf? Basis? Ich will das Ratzmann. Ich will das Räder. Siehst du das? Was da hinten? Ja hinten. Am Baum? Ah ja. Da ok. Ich kill das mal. Versuch's mir. Und zack. Erwisch. Oh. Ich hab keine Zeit in die Richtung geguckt. Haha. Dass du's verpasst. Ich dachte das wäre ein Rai. Egal. Egal. Kannst du ja doch mal machen. Kannst du das irgendwie looten? Ja klar. Essen. Animal Pelt. Pass auf. Zombie. Ich mach das schon. Verschwäng dich deine Munition. Ok. Ich schieß so gerne. Na gut. Äh. Ne. Hab nichts besonderes mehr. Hast du schon. Hast du schon. Ne. Teutsche hab ich auch noch eine. Ich dachte hier zwei. Da lag wieder eine. Kommst du? Oder machst du den heute? Voll süß wie du lachst ey. Ja voll süß ne. Mhm. Bisschen bescheuert aber süß. Boah mein Fitness. Äh meine Ausdauer schon wieder weg. Warte ich. Ich skil mal ganz kurz. Ich denke mal ich kann. 41 Jahre lang mitgegangen wird machen. Survival. Starvation. Das ist mal wichtig würd ich sagen. Das mach ich auch mal. Aber ich will jetzt nicht unbedingt zu weit weg gehen. Weil wenn ich jetzt abkratze dann will ich. Weil ich kann doch so weit zurückgehen. Und wenn wir eh nicht aufheben können den Staf sagt immer muss ja mal weiter weg. Ja gut stimmt. Ne. Aber wenn ich jetzt wenigstens sterbe habe ich wieder alles auf Null. Hm. Das ist und so. Aber ich hab so die Erfahrung dass ziemlich offen dass man ziemlich offen auf jeden Fall meistens gespawnt bin bin ich meistens in einem Dorf gespawnt davon. So. Ja so. Da vorne schon wieder zurück. Ok. Knall jetzt alle weg. Hier gibt soviel auf dem Map. Ja nicht die ganze Zeit meine Munitionsschaffen. Aber auch im Nahkampf. Ja schon aber ist cool also. In Schweizzelt. Oh. Schaffe ich schon. Ich brauch' nicht. So oh ich hab keine Ausdauer mehr. Muss ich mit dem Links-Zick schlagen. Boah, Alter macht ein Hammer, das mehr damage als der. Das ist ja voll weg. Das ist irgendwie übers Wasser eine Brücke. Ach, ist ja cool. Jo, da können wir auch gleich mal rüber gehen. Oh, hier ist noch eine Bandage, die nehme ich mal mit. Ganz viele Bandagen, ganz wichtig. Bandage. Ach, das ist schon ein Medizin-Zelt. Close nehme ich mal mit. Und Pillen. Painkillers, ne. Painkillers? Nehme ich einfach mal. Komm. Mach das auch mal. Führt mein Leben auf. Okay. Gut zu wissen. Hm, hier ist so eine Military-Hose. Jo, ich brauche zufrieden mit meiner. Hier sind noch Shells, wahrscheinlich von Shotgun oder so. Leider nur zwei kleine Häuser. Zu trinken gibt es ja auch nicht. Ich schaue mal, was das rausgeht. Falls ihr noch wichtige Tipps oder so habt für uns, schreibt es mir in die Kommentare. Genau, macht das mal. Weil, wie gesagt, wir spielen das jetzt nicht zum häufigsten Mal. Ja. Ich hab drei Bandagen. Ich kann dir gleich mal eine geben, wenn du willst. Falls du brauchst. Ja, passt schon. Ich hab... Ne, nur Falle, zwei Falle Fälle. Ja. Ich geh mal schon mal ein, zwei Meter weiter. Mhm. Ein, zwei Kilometer. Oh, ich glaub ich hab auch... Ich hab... Hm, ich hab auch nochmal so einen Leuchtstab, glaub ich gefunden. Echt? Ja. Verbrauch den nicht. Oh, Rich. Ach, hier ist noch einer. Ja, das ist noch einer. Ja, okay. Gut, dann haben wir jetzt beide. Ach, den musst du aufhören. Ich hab einen, ich hab einen. Oh, hier ist ne Magnum. Ne, ne, ne. Der hat Falcon. Falcon. Okay, ich hab nämlich ne Magnum. Siehst du uns noch wieder hinten? Siehst du uns noch wieder hinten? Ja. Siehst du uns noch wieder hinten? Sehen die an. Ich hab keine Muni, meine. Ah, ne. Safety. Ich muss auch erstmal... Safety wegmachen. Jetzt kann ich schießen. Okay. So. Ich geh mal hier rüber. Ach echt? Gibt's ne Sicherung? Ja, bei mir gibt's ne Sicherung. Einfach reingeputelt. Das sieht so kack aus. Du schwimmst nicht. Ich hab ja keinen Bock, hier die ganze Zeit lang zu schwimmen. Ich komm jetzt zurück. Das ist ein bisschen weiter weg. Ich renne jetzt auch zu unserer Base wieder zurück, weil... Ja. Das ist so bald sterben. Okay, wir laufen zur Base zurück und ich renne dann die nächste Aufnahme. Das war die zweite Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.